Passiert nix. Gucken wir kurz nach Gang Upgrades rein. Ja dafür haben wir glaube ich etwas wenig Geld an das so. 1000 kriegst du nicht viel. 1000 kriegst du gar nichts. Doch ein paar Anfangen. Nichts. Ich glaube wir sollten ein bisschen Geld sparen dafür. Und Materialien. Ja guck mal das an. Teatime. Geht dort schlecht. Warum? Warum kann ich gewinnen? Weil im Zug. Im Zug kannst du nicht wechseln. Das ist dumm. Hallo Mr. Gatling. Das ist der Brief. Willst du das machen denn? Oh ich darf in der Gatlinggang rumgehen? Na verdammt guten Gatlinggang. Aber du musst auch platzieren. Na ne das überlasse ich euch. Oh Fabriciusburg. So. Das Zusatzsteel da ist kein Schaden nehmen. Ich bin ein mieser Schütze. Und vor allem das Zusatzsteel kein Schaden nehmen. Habt ihr hier schon alles freigeschaltet? Nein. Wir müssen nur die Aussichtspunkte machen. Wir empfohlen ist Level 8. Wir sind 7. Da ist ein Aussichtspunkt. Komm. Nicht da. Bisschen weiter runter. Achso warte. Ich bin dumm. Da. Holen wir uns den ersten Aussichtspunkt. Ja. Nicht holen wir uns mal den Aussichtspunkt. Haben wir ne Schnellreise dahin? Nein. Das sind ja die Aussichtspunkte. Dann würde ich sagen ich renne jetzt einfach aus dem Zug und renne da hin. Ja. Ja. Und Capron. Und Paco nach unten. Ach stimmt. So. Das erste was ich jetzt mache. Ich wechsle zu Eevee. Jetzt kannst du. Weil ich so ein bisschen rum basteln will an Eevee. Du weißt dass wir auf ihr Chameleon abkommen fahren? Größere Töten. Besseres Gesicht. Bisschen mehr Zwargestell um machen. Bisschen Nitro einbauen. Ja. Gehen wir auf Fähigkeiten. Wie viele haben wir? Sechs. Hol Chameleon. Reicht das für Chameleon? Oh. All of them. Yes. Das ist jetzt wenn wir stillstehen im Schleichmodus werden wir unflichtbar. Level 7 erreicht. Heißt ein bisschen an ihrem Equipment rumfummeln. Stellt keiner was anderes rumfummeln. Meierstock durch. Wir hatten... Äh. Gib das Ladekabel wieder her. Gehöööbermass ist überhaupt wegfabriest. Weil es zu dir nicht gereicht hat. Weil es zu dir nicht gereicht hat. So weiter wegfabriest. Auf den Playstation Knopf drücken. Einfach auf okay. Einfach auf okay. Einfach auf okay. Ehm. Was machst du da? Verlängerung ran. Achso. Ja okay. Kannst du nicht herstellen? Das ist Charles Dickens gerade der beste Sturm. Der Witz ist sowohl der Suleyman und Charles Dickens haben dieselbe Waffe eigentlich. Ja. Welchen soll ich? Weil sie fühlt sich besser aus. Suleyman sieht ein bisschen cooler aus finde ich. Die Handschuhe. Die kann ich nicht herstellen. Schnell mal ändern. Fabrice. Umhänge. Was gibt's denn? Der Jager. Kann man die verbessern? Oder muss man die kaufen? Kann man glaube ich nicht verbessern. Doch. Sonst wird kein Geld dran stehen. Sie können sie können. Ach. Oh. Neuer Umhang. Guck mal. Dann nehmen. Ehh. Fickwerk umhangen. Fick. Das habe ich mit Absicht gemacht. Monturen. Das habe ich auch gestern noch zu deiner Mutter. Verteidiger gewandt. Okay das sieht geil aus. Aber. Zu Daniels Kleidung. Meh. Doktor Daniels. Boah. Ja guck mal das sieht raus wie ne fucking Rüstung. Das ist trage ich jetzt. Vielleicht willst du noch die Farben ändern. Ja das hatte ich auch vor. Oh wow. Okay das sieht geil aus. Kostet halt 1000. Kost. Oder das hier. Das ist besser. Das sind keine Farben. Sieht aber auch cool aus. Ja dann mach doch so. Man kriegt halt auch als Belohnung für alle gesammelten Blumen. Blutrot. Nice. Ähh. Okay ich glaube wir haben alles. Jupp. Jetzt kann ich unsichtbar werden. Wenn du flachst. Ah ja und das sind noch die Elektro. Was ist das? Das sind die Elektro Partikel. Das sind die Elektro Partikel. Die bleiben da stehen. Ein Vorzum. Das ist ein kleiner Bug. Ja okay. Komm mal zum Aussichtspunkt. Latsch jetzt einfach an der Brücke entlang. Mit X ist man leicht. Also wenn du kurz X drückst dann bist du leicht schneller. Im Schleichmodus ist man leicht schneller. Das will ich damit sagen. Leicht. Wie weiß ich wenn unsichtbar werden im Chameleon Modus? Einfach stehen bleiben. LOL Und nur wenn Gegner ganz nah an dir dran sind kannst du dich sehen. Dann kannst du doch einfach Attentat auf dir machen. Ja. Ist hier auch im kleinen Vorspann vom Chameleon gezeigt. Unsichtbar werden. Warten bis der Typ wieder herkommt. Attentat fertig. Ne das tue ich mir nicht an. Ich lauf einfach auf der Brücke. Und wie hält die? Da ist ein Bahnhof. Der Bahnhof ist unten in der Nähe vom Aussichtspunkt. Du kannst im Prinzip auch ein Bahnhof hoch. Hab ich auch vor. Gül. Sobald ich nach dem Drei bin. Just do it. Klettern wusste nicht. Bäh. Zu faul. Alter was war das gerade? Batman. Ach, da oben ist der Aussichtspunkt. Ja, Aussichtspunkte sind immer die höchsten Punkte in der Umgebung. Schon klar, aber wir dachten nicht, dass ich schon so nah dran bin. Ach. Hup. 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 Das ist Vogel! Hartlau. Hup. Da hinten. Es ist so dieser Aussichtspunkt, die Aussichtspunkt Kennzeichnung. Von Assassin's Creed schon immer gewesen. Mal sehen. Das zeigt im ersten Teil. Gangquartier. Wir lösen sowieso alle, dass der Dennis Pädophile sind jetzt gleich die Kinder in Führung. Befreiung. Ist hier eine Kinderbefreiung? Ja, aber ein Level über dir. Und. Rechts. Trotzdem machbar. Rechts. Es ist gut. Ah. Trotzdem machbar. Vor allem wenn ich jetzt das scheiß Kabelion hab. Da oben. Äh. Nicht ganz was ich wollte, aber... Ich will mich abstoßen. Ich will das tun, was ich sowieso bin und abstoßen sein. Das hast du jetzt selber gesagt. Ha 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 ha. Da 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 da. Da. Warte. Genau. Das ist hier unten oder was? Oh, hab ich ein Bild von Chips in meinen Fotos? Guck mal. Okay. Au 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 au. Da ist wer. Da ist wer. Du kannst auch von hier aus Adlauge machen, glaub ich. Ja. Ja. Kein Mann. Äh. Zwei, ne? Ja. Alle drei. Die läuft weiter. Ich warte kurz. Du musst dich beeilen, ja? Das ist schon klar. Töten. 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 Ist doch egal. Die ist weit weg. So. Ja, wir gehören zum Gebiet. Und es gibt zwei Klocken hier. Ah, das ist nervig. Da unten ist ein Pod. Okay. Pod. Wo ist ein Pod? Ein Feuerkessel meine ich. Okay. Ne, der ist draußen. Ist draußen. Okay, er hat mich hier... Okay, okay, okay. Ne, du hast gerade noch sehr viele Leute analysiert. Okay. Ich analysiere kurz hier alles. Äh, die Halluzigen... Die Halluzigen wollten dann hier nichts bringen. Ja, hab ich gemerkt. Ja, hab ich gemerkt. Okay. Dann kannst du ja schon gegen den Level 7 dann nichts bringen. Das 9er empfällt mir gerade auch. Oh fuck. 8 und 9. Ja, der verwende halt ne gute altes Wurfmesser. Wurfmesser killt schlimmer. Ein schöner Hedgehog kann nicht schaden. Okay, das ist ein anderes Gebäude. Das ist gut. Ja, was gehört dazu? Dann kann ich von hier oben... Hedgehogs Messer... Oh, da unten ist noch einer. Ja, der läuft immer wieder durch diese hängenden Fässer durch. Jep, ihr wisst worauf ich hinaus will. Messer gegen... Besser. Ich warte bis er kommt. Ah, schon zu spät. Ich würde mich so platzieren, dass man beides zieht. Aber warte. Von hier treffe ich von hier aus? Du kannst auch. Du solltest kurz sagen, wir hält er nach rechts. Sobald er auftaucht... Wenn wir den kleinen Meister haben etwas Angst einjagen. Tschüss! Oh fuck. Zu kurz. Das ist immer das Problem. Chameleon, 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 sitz ein. Das ist schon drin. Okay. Wir sehen mich nicht. Mhm. Ich könnte... Aber wenn sie beieinander stehen... Doppelaten dort, mach es. Mach es. Ich hätte nur den einen erwischt. Gott verflucht! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt deine Fresse! Halt deine Fresse! Ah fuck! Kein... Kein anderer hat dich bemerkt. Das ist gut. Waschloch! Hilfe! 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 Schon dabei, schon dabei! Keine Angst, Kinder! Chameleon ist sooo nützlich! Ähm... Draußen stehen welche. Und du kannst die Glocke sabotieren. Okay, ja. Mach ich gleich. Und die stehen beide draußen. Die stehen draußen? Ja. Okay. Dann können wir jetzt erstmal um die scheiß Glocke. Und was ich auch rausgefunden habe... Erstens, Chameleon bleibt bei der Glocke erhalten. Das ist geil. Und... Wenn Polizisten sehen wie du die Glocke sabotierst, dann werden die aggro. Auf dich? Echt? Warum? Achso, weil du die Ordnung zerstörst. Äh... Du zerstörst die Ordnung. Ist da oben wer? Nein. Das ist ziemlich krass. Da draußen sind Kinder. Alle laufen vorbei. Oh, na. Könnte aber... Sollte Mama was dagegen machen? Ich will den Schützen killen. Bevor der hier irgendwas anstellt. Die ist auf dem anderen Gebäude. Okay. Ah, die ist da auf dem Gebäude. Okay. Auf dem anderen Gebäude sätts auch dazugehört. Macht dich doch unsichtbar. Ja, ich sag doch! Ich will den Schützen killen. Ich will den Schützen killen. Oh, die ist da auf dem Gebäude. Vielleicht hilft es, wenn wir den kleinen Bastard etwas Angst einjagen. Headshot! Vielleicht hilft es, wenn wir den kleinen Bastard etwas Angst einjagen. Deine Mutter ist ein kleiner Bastard, ey. Das ist der Vorarbeiter. Vorarbeiter geht auch drauf, ey. Natürlich. Alle gehen drauf. Alle gehen drauf. Das ist mein Job. Nö, eigentlich muss nur den Vorarbeiter töten und dann fährt... Und alle Kinder... Ah, sieh mal an, da ist der Vorarbeiter hier schon. Die kleine Putsch. Wir wenden, dass ein paar vermisste Freunde sehr motivierend dürfen. Den kannst du eigentlich abfalten. Ah, shit. Das wusste ich nicht. Genau das hatte ich geahnt. Komm her! Und jetzt mach dich unsichtbar, mach dich unsichtbar und pfeif ihn her. Ne, die anderen zwei, die... Ah, der Vorarbeiter. Pfeif ihn her. Pfeif den Süßen her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Kommt ein zweiter. Der muss erst mal hoch. Ha! Ja. Hi! Guten Tag! Hallo! Tschüss! Jetzt sind nur noch die Kinder gefallen. Mit dem Adlerauge bist du auch... Also wenn du Adlerauge hast und Chameleon grad aktiv, dann bleibst Chameleon aktiv. Das ist nützlich, Chameleon. Das ist nützlich, Chameleon. So, hier. Haltet durch! Liss, arbeiten Sie für Clara! Wollte helfen! Jetzt sind sie nur noch draußen. Ich... Ich arbeite... Ich... Ich arbeite nicht. Wir haben einfach da raus. Wir sind ja klar. Aber du arbeitest nicht für Clara, du arbeitest mit Clara. Clara arbeitet für uns! Äh... Okay, wo sind die nächsten Kinder? Draußen. Draußen, alles klar. Ja. Da runter. Moment, die Glocke ist unten. Ja. Ich will erstmal das Ding sabotieren. Einfach nur aus Angst. Oh, und ich will deine Leiche blendern. Äh... Es ist 30. Gut, dass man... Gut, dass ich wenigstens noch auf die Zeit arbeite. Ich mach die Mission ja noch zu Ende. Also im nächst... Todessprung machen, dann machen wir nen Cut rein, ja. Ja. Im Todessprung! Tschüss! Na, aber...